Hi ihr Dance-Fans, ich bin die Janine und wir machen ein neues Dance-Workout. Okay, wir beginnen. Die Arme nach oben. Close. Und weiterziehen. Jetzt den Arm nach vorne. Zurück. Und klopft die Hand zur Mitte. Und hoch. Einmal. Auf. Zuck. Vor. Die Hand. Und nach oben. Okay, noch einmal mit der Musik. Achtung. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Drei, vier, fünf, sechs. Noch einmal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Drei, vier, fünf, sechs, sieben. Und Seite. Zwei. Die Arme dazu. Nochmal ohne Arme. Und mit Arme. Von vorne. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, vier, fünf, sechs, sieben. Und eins, zwei. He. He. Und hoch. Hoch. Und noch einmal von vorn. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, fünf, sechs, sieben. Und eins, zwei, drei, vier, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Das war schon unser erster Teil. Der zweite Teil. Wir gehen mit dem Fuß vor und zurück. Ja, einfach ganz normal. Ha, ha. Und die Hand nach hinten, nach vorne. Noch einmal. Und hinten, vorne. Jetzt geh hoch auf die Zehenspitzen. Und tief. Die Hand auf den Oberschenkeln. Noch einmal. Achtung. Fünf, sechs, sieben. Und eins, zwei, drei, vier. Jetzt. Geh mit dem Gewicht nach rechts. Und einmal um die eigene Achse drehen. Noch einmal. Unsere zweite Bewegung. Leinfach. Fuß. Nach oben. Seite. Und Turn. Super. Noch einmal. Achtung. Fünf, sechs, sieben. Und eins, zwei, drei, vier. Fünf. Fünf. Und sechs, sieben. Und schneller. Eins, zwei, drei, vier. Fünf und sechs, sieben. Okay, super. In diesem Tempo machen wir es nachher nach unserem ersten Teil. Achtung. Fünf, sechs, sieben. Und eins. Ha. Tief. Tief. Und wieder Seite. Tief. Okay, einmal ganz von vorn. Mit den Armen beginnen. Fünf, sechs, fünf, sechs, sieben. Und eins. Fünf, sieben, acht. Hey. Und eins. Und tief. Noch einmal. Und zweite Bewegung. Und hey. Halt. Turn. Und Seite. Seite. Die Arme. Noch ein Mal von vorn. Hey. Klapfen. Und nach oben. Und tief. Hoch. Hey. Und tief. Hoch. Zweite Bewegung. Und hey. Halt. Turn. Seite. Seite. Noch einmal von vorn. Und wir sind schon in der Bewegung drin. Zum Bieter Musik. Und tief. Hoch. Ein Workout. Und tief. Hoch. Zweiter Schritt. Hey. Turn. Und. Und noch einmal die Arme. Okay. Seid ihr bereit für unseren dritten Schritt? Ganz einfach. Wir gehen nach oben. Die Arme nach unten. Das Knie hoch. Zur Mitte. Jetzt rechts. Links. Rechts. Links. Noch einmal. Und. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Zur anderen Seite. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Noch einmal. Hey. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Und andere Seite. Eins. Zwei. Drei. Linke Seite. Vor. Und natürlich etwas schneller. Und. Hey. Huh. Andere Seite. Tja. Links. Noch einmal. Und. Hey. Ha. Ha. Und. Von ganz von vorne. Yes. Eins. Ha. Ha. Hoch. Oh. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Schritt Nummer zwei. Und. Tja. Und. Und. Einmal. Eins. Tja. 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 Stille. Drei. Bleib. Ha. Ha. Und. Wechsel. Vorn. Noch einmal. Hey. Tja. Tja. Und. Super. Gleich nochmal. Von vorn. Hey. Klapp. Und. Klapp. Mitte. Nach oben. Tief. Hoch. Herz. Und. Tief. Hoch. Okay. Schritt zwei. Ha. Tja. Vorn. Noch einmal. Schritt zwei. Ha. Tja. Vorn. Okay. Schritt zwei. Hang. Eins. Zwei. Ha. Ha. Noch einmal. Eins. Zwei. Noch einmal nach rechts. Und. Rechter Fuß. Rechte Hand. Und. Links. Okay. Schritt vier. Ganz einfach. Shake. Zurück. Hand. Hand. Und. Push. Noch einmal. Achtung. Nur unseren letzten Schritt. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Noch einmal. Fünf. Sechs. Schritt Nummer vier. Ha. Tja. Tja. Und jetzt. Wir gehen im Kreis. Auf die andere Seite. Alles mit links. Shake. Fünf. Sechs. Sieben. Und zurück. Noch einmal. Und. Shake. Hand. Und turn. Andere Seite. Mit links. Und. Hand. Hand. Und wieder zur Mitte. Okay. Wir beginnen alles von vorne. Seid ihr bereit? Achtung. Noch fünf. Sechs. Fünf. Sechs. Sieben. Und. Tja. Sieben. Acht. Klick. nach oben. Und. Die Hände. Hey. Noch einmal. Schritt Nummer zwei. Hey. Und. Hey. Noch einmal. Schritt Nummer zwei. Und. Eins. Zwei. Und. Seite. Seite. Schritt Nummer drei. Und. Hey. Hand. Hand. Noch einmal. Und. Hand. Hand. Und. Hand. Hand. Und. Hand. Hand. Schritt Nummer vier. Hui. Und im Kreis. Zwei. Drei. Linke Seite. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Und eins. Noch einmal. Fünf. Sechs. Sieben. Und. Fünf. Sechs. Sieben. Wechseln. Wechseln. Fünf. Sechs. Sieben. Und zur Mitte. Noch einmal von vorne. Hey. Tja. Tja. Nach oben. Und. Ende. Noch einmal. Schritt zwei. Hey. Ganz viel Kraft. Turn. Schön die Füße schließen. Man. In. Noch einmal. Nach oben. Und. Schritt Nummer. Drei. Hand. Und. Tja. Tja. Andere Seite. Noch einmal. Und. Und ganz viel Power. Genau. Und. Kraft. Und. Und. Kraft. Kraft. Hey. Turn. Und jetzt. Shake. Up. Und zurück. Noch einmal. Und. Shake it. Super. Macht ihr das. Hey. Und. Sechs. Sieben. Noch einmal. Und. Und. Ha. So mit. Sechs. Sieben. Acht. Und ganz einfach. Ein. Die Step. Ja. Wir laufen wie ein V. Die zwei Spitzen. Und die dritte zur Mitte. Ganz einfach. Und locker. Natürlich kommen die Arme dazu. Hey. Nach vorne. und unten. Hey. Nach vorne. Und unten. Hey. Nach vorne. Und unten. Hey. Nach vorne. Von vorn. Und. Klapp. Mitte. Nach oben. Und. Super. Halt durch. Und. Zwei. Eins. Zwei. Turn. Und. Und. Einmal. Ha. Hey. Und. Tanz. Hey. Okay. Und. Feel power. Fühl den Beat. Noch einmal. Oh. Hey. Vorne. Oh. Hey. Linke Seite. Shake it, baby. Super. Ha. Ha. Und. Drehen. Andere Seite. Oh. Ha. Ha. Zurück. 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 Noch einmal. Shake. Ha. Ha. Und. Turn. Turn. Linke Seite. Letztes Mal. Und wieder zur Mitte. Achtung. Unser V-Step. Und. Nach vorne. Und unten. Hey. Nach vorne. Und unten. Noch einmal. Letztes Mal. Und. Seite. Vorne. Und. Zum Schluss. Nur. Hier. Okay. Wie ging diese Bewegung? Die Füße. Klappen. Nach außen. Die Finger über die Mitte. Bis hierher. Ja. Nochmal. Zwei Finger am besten. Und hier. Okay. Alles zusammen mit den Füßen. Oh. Hey. Ha. Okay. Noch einmal. Hey. Ha. Noch einmal. Und. Hey. Ha. Von ganz in vorne. Hey. Klappen. Vorne. Vorne. Ha. Ha. Nach oben. Seite. Und. Die Arme. Die Kraft. Und. Schritt zwei. Tänz. Hey. Okay. Noch einmal. Schritt zwei. Ha. Und. Seite. Seite. Schritt drei. Bleib. Vorne. Und. Hey. Linke Hand. Noch einmal. Wechsel. Und. 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 Shake Schritt. Ha. Ha. Und. Turn. Andere Seite. Und. Shake. Ha. 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 Und. Klasse. Super macht ihr das. Vorne. Fünf. Sechs. Sieben. Und. Linke Seite. Shake. Hey. Und was kommt unser Wiestep? Hey. Nach vorne. Und. Seite. Nach vorne. Und. Seite. Nach vorne. Letztes Mal. Wiestep. Achtung. Unser Fuß. Nach oben. Tief. Noch einmal unser Schluss. Nach oben. Tief. So. Dann könnten wir noch weiterspielen. Und. Einfach nach oben gehen. Und. Wieder nach unten. Klapp. 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 Und. Eine Welle. Lass uns nur noch einmal den Schluss machen. Fünf. Sechs. Sieben. Und. Hey. Tief. Nach oben. Und. Ha. Ha. Gut. Eine Welle. Okay. Ein allerletztes Mal. Unser Schluss. Achtung. Fünf. Sechs. Fünf. Sechs. Sieben. Auf. Hey. Ha. Woo. Tief. Ha. Oh. Bitte. Okay. Nimm die Hände nach oben. Zur Mitte. Okay. Super. Wir nehmen die Hände nochmal nach oben. Nochmal zur Mitte. Und zur Seite. Genau. Ein paar weiche Bewegungen. Das ist ein Schluss. Okay. Und nochmal die Füße. Tipp. 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 Sechs. Sieben. Acht. Genau. Hoch. Hey. Und. Hoch. Hey. Rechts. Links. Noch einmal. Hoch. Hey. Rechts. Links. Hoch. Hoch. Hey. Rechts. Links. Okay. Wir dehnen unseren rechten Arm. Nach unten. Und wechseln andere Seite. Genau. Und einmal nach vorne. Ganz rund. Und nach oben. Hinbei. Hände über. Hände über. Rücken. Und einmal kurz vorneigen. Das war's. Unser heutiges Dance Workout. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.